Hallo, ich bin Daniel Schmöcker und ich freue mich am 22. November bei Journeys of the Heart dabei zu sein. In meinem Workshop The Art of Short Films möchte ich euch zeigen, wie man mit einfachen Mitteln eindrucksvolle Kurzfilme gestalten kann. Zudem schauen wir in einige Apps hinein, mit denen ihr zum Beispiel mit den Kindern und Jugendlichen eurer Gemeinde lustige Filme drehen könnt. Für den Workshop habe ich mir außerdem drei prominente Gäste eingeladen. Von denen und von mir gibt es am 22. November bei Journeys of the Heart mehr. Bis dahin, bleibt gesund. Bis dahin, tschüss. Bis dahin, tschüss.